POSQUIARHO POSQUIARHO POSQUIARHO, in der südöstlichen Ecke der Schweiz. Viele wandern in der Jugend weg, zahlreiche kommen jedoch im Alter wieder zurück in den Heimatort. Hier hat Paola Krameri, Pflegefachfrau im Altersheim und Beraterin bei Alzheimer Graubünden, eine Aktivität mitiniziert, die Menschen mit Demenz und Kleinkindern einmal im Monat zusammenbringt. Die Wirkung dieses Zusammentreffens ist verstaunlich. Auch besonders schwer zu aktivierende Bewohnerinnen und Bewohner tauen regelrecht auf und lassen sich von den Kindern mitreißen. Ohne die zahlreichen Freiwilligen sind solche Aktivitäten nicht möglich. Die Betreuerinnen von Jung und Alt schauen während zwei Stunden, dass alle beisammen bleiben. Mit Ball- und Ratespielen kitzeln sie lachende Gesichter hervor. Ein großes Plus an Lebensqualität für die Menschen mit Demenz in POSQUIARHO. Ein großesnes які sembler shining, führe uns einfach in die presentedur. Ein großes Feng황 spinner nicht so und nachvollziehen. Untertitelung des ZDF, ими an dreams habt ihr –